Gut, dann begrüße ich euch ganz recht herzlich im Traumraum. Ich glaube, das Team hier hat die letzten Wochen und Monate hier geschuftet und gewerkelt, um das so schön zu machen. Ich denke, vor ein paar Wochen sah es hier noch ganz anders aus. Stimmt das? Also ganz großen Respekt an euch, an euer Team. Und es bedeutet unglaublich viel für mich, dass ich hier spielen darf, weil tatsächlich habe ich dort vorne im Hof das erste Mal gespielt. Zur Kultur flaniert, glaube ich, vor zwei Jahren oder so. Und jetzt bin ich wieder da. Das ist der Kreis, der Kreis des Lebens oder der Kreis der Musik. Ich heiße M13 und ich komme hier aus Erfurt und ich improvisiere jetzt quasi die nächsten paar Minuten. Ich weiß auch nicht genau, wie das jetzt abläuft. Mal gucken, wie das so wird. Aber ich finde das mit dem Licht schon mal total schön. Also schaut auf den Boden, schließt die Augen, holt euch was zu trinken und ich hoffe, wir haben eine schöne Zeit zusammen. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. 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 Bye... 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 Where's your heart again? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 IDEN J смотреть, PG uttitelung des ZDF, 2020 danke espertitelung des ZDF, 2020 Thank you, гдеoyo acquired, Thank you, Undertitelung des ZDF, 2020 tabii 101 to 0,0,1 a 1 2 2 1 2 2 3 déli 100�1 2 2 3 3 3 2 3 7 Teco2 , 2020 Vielen Dank.